so also auf der könnte ich jetzt gleich ist immer die da macht mir nix aber auch mit noch an ihm vorbei was ist noch immer für eine taste strick schießen er verfolgt uns es war grad aus fahr drüber ja nein 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 ja 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 scheiße rickhoffer der war geil es auf jeden fall offenbar so jetzt fahren wir wieder raus der Bulle ist mit er war drüber fahr drüber g-h-h-h-h scheiße stopp stopp ah nee er hat es geschafft er hat es geschafft immer ich also okay Rico Junge schnell noch im Becks wartet mal fahr mal wieder außerhalb obwohl innerhalb macht Spaß Bullen verarschen und so aber warte mal ich brauche Repair ich war vorhin beim bei der Maut zur Stelle ab haben wir im Bau so sicher dass er sich macht also weiter ein Laster ist vor allem nicht ein er kommt das Auto anzubringen ich bin mal ein weiter vor nee ich würde noch warten auf ihn Quartal Zoll wir haben schon unterwegs noch hat er doch immer ich habe keinen Boxen und 50 Euro zu zahlen gd 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 k Peter ist die Punkt 50 Dollar er ist ein Fütziger nach der Dämonen ein Slash Stats dann wollen wir mal schauen also hier ist in 21 minuten und respektpunkte habe ich schon mal 17 von 20 sauer gemacht also ich kann jetzt dann bin ich mein führerschein wieder habe keine auch gleich ins nächste level aufsteigen car slots 2 drogen keine zigaretten natürlich ich bin ein kiffer nein raucher punkte in ls 0 von 15 ich glaube ich habe schon sechs oder so dieses konto finde ich echt geile finanzen war geht habe ich 285.000 und 82 dollar und 720 cent kontostand habe ich noch eine millionen ein paar 50.000 710 3 und 8 6 ab das ist scheiße ich habe nicht mal 100.000 k k k k dem ich die es gerne interessieren was du da was ich glaube Kofferraum ab das sind Boxen Roto Preußen Repair auch wir von einem Wörter Jungen Format im Tuning ist die Wissens aber ich weiß nicht was war doch ich weiß nicht was lange für Dummer vor Prozent zurück und davon ist ein Repair Dinkens Fortgemer weil ich rede bis gleich Riko fahr ihm mal zu mir nach Hause bitte ich kann nicht einsteigen alle sind jetzt schon mein siebtes Bier ich sauf die Dinger runter wie Wasser weil sie ja kein Alkohol dran haben Alkoholfrei Simon hat dich was gefragt was hat dich was gefragt und zwar fahrt links vorbei Alkoholfrei nein äh 3,7 Brumelle und was trinkst du da für ein Zeugchen? ja ähm warte mal ähm ähm bädisches äh Kürschbier und ähm Bags das Bags hat nur 2,5 bädisches Kürschbier das hört sich ja schon mal ziemlich ja das Zeug ist für Kinder also also wie für dich gemacht was heißt denn das hier ich vertrag nie mehr als du dir vorstell' ganz dann kommt hier alles wieder raus ich hätte es dabei schon mal dein Auto aufschließen können er hätte es dabei schon mal einschalten können er hätte es dabei schon mal das Licht anmachen können aber nein er kackt auf sein Dach drauf und E und E Motor ist an und äh G und Paz ich werde immer besser so diesmal fahren wir ganz langsam ohne dass uns irgendetwas passiert der Barsch der Barsch der Barsch Riko kann sowas nicht Ziehschiff riko mein Kopf ist irgendwie außerhalb vom Dach und weg bin ich wo warst du? wo bist du? am Zoll Fass direkt hinter dir ich bin so sch ich bin so sch warte ich gebe ein Slash Zoll ah ne wer gibt ein Slash Zoll ich ok gut gib Gas ja gib Gas ja hallo ach wo flying woi ich hol mal Chips mir wird es langweilig und unseren Zuschauern bestimmt wird auch mal was interessantes ja ja ich gehe es eigentlich in Luft ja ist nicht mein Auto in der Klinik der Reaktivität nicht in der Luft abzutausst immer gerade aus das Brems des Abwehrs warum soll ich denn die Bromse die Vorfahrt das hat irgendwas zu betrachten er hat das Teil hast du von meinen Chips gefressen nein ich hab die nur auf Seite getan abgabt um die dem 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 und das war nicht klar und der Kelle Zerbock kommt ein das im Hals oder sowas ähnliches Und jetzt rast stelle ich mal schön unter Achtung. Ich habe jetzt sowas wie ein privates Kino. So, jetzt kommt doch dann bald der Tunnel, wo irgendjemand von euch mal schön ein Bad genommen hat. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich kann immer noch gut links und rechts fahren. Okay, jetzt fahr mal links. Ja, jetzt fahr ich mal. Miriko, kann ich mich abholen? Ich hab tschüss. Okay, ich schmeiß dich aus. E-Check. Na. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Wenn du nicht mal sehen, die raus ist mein Auto. Komisch, was ich finde, wenn er einsteigt, steht nicht dran, dass mein Auto geht. Ich hab' die Car-Check-Nüste. Links, 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 links. Links, links. Ich hab's doch gesagt. Scheiße, jetzt hab ich... Och, Mann. Nebel. Oder? Nebel. Jo. Jo. Okay, ich mach Schneemot an. Er fährt voll drauf rechts, rechts. Ups. Wieder rechts. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. So. Ja, geh' wieder raus. Jetzt hängt mein Auto komisch. Ich kann jetzt irgendwie gar nichts machen. Sauber gemacht. Du kannst ja nie warten. Das ist typisch, Rico. Jetzt sieht mein Auto noch immer noch mehr kaputt aus. Ähm, welches Auto? Äh, wie kann ich hier eigentlich wieder raus? Oder wie bin ich fertig? Ähm, Enter. Boah, Schwarz sieht der geil aus. Ups. Alter. Ach, das bist du. Ja, da freu' ich dich noch ganz gern samm. So. Äh, so. Es sieht ja interessant aus, wie das Ding teleportiert wird. Ich mach immer die falsche Taste. Hä, wie kann ich das, äh, auswählen? Enter. Hä, ich dachte mit Enter. Äh, ne, der Taste. Ach so. Äh, und wie zurück? Enter. Ah, okay. Was machst du? Ich überlege. Jetzt fahr, lass einfach irgendwo hinfahren. Ja, gleich muss man ein, ich ändere das Auto einfach. Ah, ich bin zu doof. Gut, lass uns irgendwo hinfahren. Da du voraus. Ich will's jetzt einfach ändern. Wo, wo kann man das mit dem Schwarzen machen? Ich glaub schon da. Hm? Ich mach das jetzt einfach Tester. Fertig. Fertig. Geht auf meine Kosten. Ich muss nur kurz Farbe ändern, dann mit separatiert. Okay, wieder. Ich will zu dem... Dann muss ich's wieder umlackieren, weil's so hässlich aussieht. Ich will zu dem einen... Ja, meins Geil. Meins Geil Line ist jetzt schwarz. Ich will zu dem einen schwarzen Berg da. Äh, schwarzen... Großen Berg. Weil ich hab keine Ahnung, wo da ist. Hast du was gegen Schwarze oder so? Nein. Nur weil ich schwarz... Fahr mal nicht so schnell, Mann. Okay. Nur weil ich klein, fett und schwarz bin. Ich will hier ganz gefühlt cruisen, Alter. Und der andere rast wie Sau. Yes! Alter, wo bist du? Geil. Er will nur cruisen, ja, ja. Deko. Ich hab's zwar tausendmal gesagt, aber... Der ein Faden. Okay. Wow! Wettnis dagegen? Ja. Irgendwie ist hier irgendwie gar nichts los. Normal. Hier ist auch nichts. Doch, ein Rathaus oder sowas. Und da vorne ist die Brücke. Aber wie kommen wir zur Brücke hin? Baumfeld. Ich guck. Ich guck. Kommst noch? Yay! Du bist falsch abgewogen. Da war's. Ja, okay. Okay. Er fährt wieder mal auf der falschen Straßenseite. Pfff! Pfff! Pfff!